Hallo, ich komme gerade vom Einkaufen und ich möchte euch heute mal drei Smoothies zeigen, die mir gut schmecken und die natürlich auch für Kinder gut geeignet sind. Bleibt dran! Bananen, Blaubeeren und Milch sind die Zutaten für den ersten Smoothie. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit einer Mango, Joghurt, Milch und Honig mixe ich mir das nächste Getränk. Musik Sämtliche Zutaten und Alternativen dazu findet ihr übrigens alle in der Infobox. Und wenn euch noch mehr Videos interessieren zur Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 4, dann abonniert einfach meinen Kanal. Weintrauben, Kiwi, Orangensaft, Honig und Zitrone nehme ich für meinen letzten Smoothie. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017